Und ich bin einfach froh, dass ich an so einem Ort arbeiten kann. Ob ich irgendwo anders auch arbeiten könnte oder vielleicht mal irgendjemand sagt, vielleicht wäre es auch nicht ganz uninteressant oder so, das steht ja dann nicht zur Debatte. Das wäre dann was anderes. Ich bin mit vollster Überzeugung hier blieb und wenn ich nicht hier bliebe wäre, wenn ich das jetzt noch als letzter Satz sagen darf, dann hätte ich auch nicht weitergemacht. Jetzt. Das ist Fakt, ich hätte gar nicht weitergemacht, von dem her stellt sich die Frage nicht. Entweder ich mache hier weiter, jetzt, oder ich mache nicht weiter.